Hallo, ich erkläre euch heute mal, wie ihr einen YouTube-Kanal erstellt. Einfach auf Anmelden gehen, das findet ihr oben den Button, Konto erstellen. Dann müsst ihr in das Formular eure ganzen Daten eingeben, Name, Vorname, E-Mail-Adresse und die müsst ihr auch bestätigen, falls es keine Gmail-Adresse ist. Passwort, Geburtsdatum und den Capture-Code abtippen und die AGBs müssen akzeptiert werden, also diese Haken angehakt werden. Dann kann es auch schon losgehen und ihr habt schon mal einen Account erstellt. Und ihr kriegt automatisch einen Google-Plus-Account, den ihr eigentlich nicht weiter zu beachten braucht. Allerdings sind dann auch einige Funktionen greifen aufeinander über. Dann ist das Wichtigste, ihr geht zur Übersicht und dann auf diesen Button erweitert, Name erweitert gehen, sonst könnt ihr gar keinen Kanal erstellen. Ihr habt keine benutzerdefinierte URL. Also ihr wollt ja auch dann nachher die URL haben, youtube.com, dein Username und nicht irgendwie Channel und so kryptische Zahlen dahinter. Ja und das gebt ihr da einfach ein und dann seid ihr dieser User, falls der halt verfügbar ist und könnt dann auf Video hochladen gehen und dann habt ihr euer erstes Video hochgeladen und das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Ihr müsst nur diesen einen Button finden, dann ist alles okay. Ja, dann viel Spaß bei YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss.